So, Kapitel 5-3. Ich weiß, was sie sagt. Sie ist nur ein Terrorist. End der Geschichte. Wir können nicht risken, Uroboros rauszukommen und die Menschen infektieren. Dann gehen wir, take care of business. Ich bin nicht lang. Du hast wohl recht. Oder sind wir aus der Richtung gekommen? Wenn ich die Meile anmache, habe ich oben links das Game-File. Ich auch. GPS. Okay, geil. Komm her, Chris. Drück mal. Du bist stärker als ich. Ladeprogramm. I'm taking care of the rock. Hm, gilt. Gült. Goldsäckchen, vermute ich. Das ist natürlich ganz wichtig. Ihr Goldsäckchen kriegt. Ist ganz schön ruhig hier, ne? Ich geh mal hier. Na ja, klar. Natürlich. Ich sag's eben noch. Ist ganz schön ruhig hier. Ich kann nicht sagen, dass ich es gut finde, Mutti. Echt? Nicht wirklich. Oh. Da haben wir geschossen. Oh, woher? Hierüber, siehst du aus der Richtung wo es schießt. Oh. 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 Okay. Das hat ganz gut geklappt. Oh. 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 Das hier oben, über uns gefällt mir diese Waben. Wo bist du hin? Mutti? Ich bin in dem Raum. Ich bin in dem Raum? Ach da, da bin ich noch nicht hergekommen. Nee. Ah, okay. Ich hab gedacht, ich find hier was zum Heilen. Elektrogranaten. Boah, geil, Alter, Elektrogranaten. Ich hab keinen Platz, ich kann nichts mitnehmen. Die sind für den Granatwerfer, die würde ich mitnehmen einlagern. Du warst gemein. Ja. Warte. Ja. Das ist gut, dann kann ich die Elektrogranaten mitnehmen. Krasse Kiste mit dem Granatwerfer, echt. Nicht gut. Hab ich noch Platz jetzt? Oh. Oh. Kannst du mal die Sensation mal blicken hier, dass man da nicht immer Sinn hat. Die Waffe aufzuverbassern ist echt lohnenswert, sag ich mal. Bist du Mutti? Ja, hier, hier ist es gut. So oft passen da oben, diese Kukum. Ja, das wollte ich nicht gerade sagen. Die fällt überhaupt nicht mit den Dingern. Spät er sich im Tode, oder? Ich muss die weißen Dinger, wenn die, die haben so am Ranzen, die so weiße, die musst du schießen, ja. Tja, der Tür wird dazu gemacht. Ja, der weiß schon warum. Wo? Oha. Wie soll ich jetzt? Ich habe zwar damit gerechnet, dass der da oben runterfällt, aber man weiß ja nicht wann. Letzter Problem. Diesen Schalterchen von Kräutern und so ein Zeug, was hier. Boah, geil, Alter. Heckler und Koch PSG 1. Habe ich Platz? Ich nehme die, Maya. Bin zwar auch nicht so der Scharfschütze, ehrlich gesagt. Aber wer weiß, was wir mal brauchen können. Gewehrmunition nehme ich auch mal dementsprechend. Handkraten, kannst du die Handkraten mitnehmen hier unten? Nein, kann ich nicht. Okay, schade. Ich habe auch Fall. Ja. Das Kapitel abgeschlossen ist. Das ist aber das vorletzte Kapitel, wenn wir Glück haben, schaffen wir es heute. Ich denke mal, wir haben ganz sauber gespielt. Also, wir haben... Was ist denn das? Mr. T, oder was? Krasse Kiste. Oh, Stabgranate. Der nix. Der nix. Du musst den auf dem Ranzen schießen. Die haben irgendwie so eine Sprengscheiße. Rechts von dir, Mutti. Die haben so Minen in der Tasche. Komm, ich muss dir mal was geben, Mutti. Ziemlich rot Munition, die würde ich gar mitnehmen. Der Schalter ist doch schon grün. Achso, wir müssen den rot machen. Alles klar, verstehe. Nur da drüben steht der andere Typ. Aber wenn es vielleicht auch draufstellen soll, Mutti. Wo es wegfährt. Hm, habe ich mir auch gerade gedacht. Nur so als Tipp. Kannst du wieder zurück? Oh, shit. Haben wir es verbimmelt jetzt? Nee, eigentlich nicht. Jetzt komm zurück. Ja, musst du... Schade, hast du nicht gedrückt nochmal, oder? Oder kannst du nur einmal... Vielleicht kannst du pro Klärten nur einmal drücken, was? Gehst du drauf? Alles klar, da hinten ist noch so ein Ding. Na genau. Du musst jetzt das dann wieder rüberschicken und mich da rüberholen damit. Denke ich mal. Und währenddessen müssen wir uns hier verteidigen. Am Alleingang. Ach da. Oh, shit. Oh, shit. Ich habe den ausgepackt. Sorry. Oh, nein. Oh, shit. Ist es tut mir leid. Motion leer. Alles klar. Sinn gekriegt. Sehr gut. Ja, dann. Schick mal rüber, das Ding. Ich krieg schon mal den Schalter, Mutti. Schnell. Gewehrmunitionen alle. Das war nicht schlecht. Also, ihr einen Schuss, also Kopf weg. Also, bei den meisten. Oh, hier war das. Hast du noch Gewehrmunitionen zufällig? Von der... Oder brauchst du die selber, Gewehrmunitionen? Nee, habe ich noch nicht. So weise ist das. Oh, sehr lebenswirklich von Ihnen. Vielen Dank. So, muss man langen. M. Kurz Map. Da oben rechts. Ja, alles klar. Weiter geht's. Den Text. Oh. Oh, krass. Oh, Gott. Das war hier. Gedeckung. Scheiße. Ich habe keine Munition mehr. Ich sehe nichts. Ich kann nicht schießen. Schau mal, ja. Danke. Ups. Oh, jetzt noch einmal. Schau mal. Nein. Fuck. So ein Durcheinander jetzt. Ei, 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 ei. Die Mutti hat sich für eine andere Spielsitzung entschieden. Nee. Komisch. Was habe ich? Nee, das ist Blödsinn. Ja. So, brauchen wir das jetzt. Genau. So. Ich werde fertig, Moli. Moment. Ja. Ich nehme das Scharfschütz-Tinie-Wer. Und, ähm. Ich habe mir meine Munition rausgeholt. Steh dich drauf. Warte. Okay. Warte, langsam. Ich möchte gesehen werden. Ich möchte das Ding, Mutti. Ich möchte das Ding, Mutti. Ja. Noch mal drücken. Ja, ich will das Vios kurz umbringen. Er hat zweimal aufschließen gebraucht hier. Krass. Zweimal Techdown. Krass. Wirst du drauf? Alles klar? Kommen Sie her, junge Frau. Nachladen nicht vergessen. Das Scharfschütz-Gewehr ist nachgeladen. Sehr gut. Oha, das hat man ja eben schon. Was ist denn? Hier ist Rot-Money. Hol' ich mir. Ich will den auch nur kurz umbringen. Die zwei Raketenwerber sind, habe ich weggemacht. Ja. Wenn ich weiß nicht, ob noch welche sind. Ne, es waren nur zwei. Alles klar. Komm, lass mich kurz nachschladen. Gewehrmunitionen nehmen, ich würde ich aber jetzt nehmen. Ich werde Scharfschütz mitnehmen ein bisschen. Okay. Oh. Okay, der... Kann ich kurz hinrennen? Okay, der sieht gut aus bis jetzt zu drehen. Ah, der hat's schon erlebt. Krass, die explodieren, Mann. Die explodieren. Die excelente, die es, nicht wahr? Das ist мас Madrig.